Ja wohl Mario ist doch toll. Nee, Luigi ist besser. Ja, mhm. Der ist der Schmidi-Meister. Ich meine, wer will kein Luigi sein. Oh, guck mal das. DuckDuckGo.com Die sind Typ kenne ich doch Griechen... Oh, hier. Fick ich. Griechenautogram? Du bist so eine Suchmaschine, oder? Ja. Guck mal, hier ist General Kitten. General Kitten. Luisa Unicorn. Schmidi-Meister. Nein, die sind alle mit in der Aufnahme. Lol, Alter, ich bin Platz 2. Ja. Mit Luisa Unicorn. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich sehe dich, hi. Hallo, hallo. Guck mal, wo die Luigi sind. Run in the Chamber. Superdireken PvP-Spieler am Anfang. Richtig toll, Alter. Jetzt schon Leften. Komm, Leften. Hi, Pane. Das machen die Leute mittlerweile immer. Irgendeinen YouTuber-Namen und Teilschreiben. Oh, ich hab' getroffen im Fall. Ich glaub, der könnte mich töten. Hat ich gesagt, ich hab' gestaubt. Ich hab' gestaubt. Ja, ich hab' gestaubt. Ja, dafür hab' ich sie abgestaubt. Ja. Hab' ich dich grad' bekommen? Nö. Ja, der Pfeil fliegt einfach nett. Der Pfeil fliegt einfach nett. Juck' den Pfeil nicht, dass du ihn schießt. Ja. Man kann hier Pfeile wieder einsammeln. Ne, kann man nicht. Schade. Ja. Ja, die trifft mich, obwohl ich hinter ihr bin. Ne, ich war noch nicht mal hinter ihr. Ich hasse das Spiel. Und es geht hier einfach nur darum abzustorben. Ja, ja, eh. Sobald einer einen Bogen hat, ist Schluss. Vor allem das 1.8 Feature mit dem Schlagen nervt ein bisschen. Na. Ich bin jetzt gar nicht dran. Ach, ist das 1.9 Feature hier drin? Ja, ist es. Hast du es nicht bemerkt? Ja, schon, aber das ist kacke. Ja, ich bin... Ich prügel mich halt genauso schnell mit den... Da kommen Yoshi und schießt mich erstmal weg. Ja, ich spawne und krieg' Insta den Pfeil vor der Fress weg, äh, entlang geflogen. Ja, ich halt auch. Ich bin aber gar nicht so schlecht dabei, muss ich sagen. Ja, und ich treff' genau daneben. Mann, ey. Mann, ey. bleib' stehen. Irgendwas mit Unicorn. Oh, ich hab' einen abgestoppt. Alter, er dreht sich um, guckt mich gar nicht an und tötet mich. Oh, das Spiel ist vorbei. Ich bin Platz 9. Ja, ich bin 2. Ich fick' dich. Jetzt willst du nur 1 und nur 2 kommen. Ja, ja, eh, Alter. Und ich auch, Alter. Das sind nur 14 Leute. 4. Aber bei so nem ersten Spiel leften alle, glaub' mir. 4. Pasch, du bekommst 10 Münzen. Wie 10 Münzen? Im Mario-Partyspiel bekommst du beim Pasch immer 10 Münzen. Ich bin 1. Ich bin 1. 7. Hey, guck, wie viel auf Platz 6 und 5 sind. Vor allem auf Platz 6. Auf Platz 6. Einfach fast alles. Magma. Wow. Was ist das jetzt? Magma. Ne, das ist so ein Camping-Spiel. Ne, das ist kein Camping-Spiel. Das ist mehr Glück. Na, komm. Hey, Jan, bleib' stehen. Ich bin hinter dir. Oh, ich lass' die Screen-Screen. Oh, scheiße. Hab' vergessen. F5. F5? Wo war F5? Hier. Wir müssen einfach stehen bleiben. Wir müssen einfach stehen bleiben. Oh. Oh, es leckt einfach nur bei mir. Mein PC ist nicht für sowas geeignet. Ja, das ist doch eklig mit diesen Drop-Events. Gravel-Drop-Event. Dieses Anvil-Breaker von, äh... Oh, shit. Diesen Minigames bei Timodia. Guck mal, ich steh hier immer noch. Ja. Was bei Timodia finde ich geil, dass Anvil-Crasher oder keine Ahnung wie das leckt. Das ist lustig, vor allem weil es nach einer Zeit schneller wird. Ja, hier fallen die einfach jetzt mittlerweile versetzt und ich bin tot. Du wurdest bei mir getroffen vom Plot. Nein, du... Und das... Du warst das vierter. Ja, direkt danach jetzt Bauchweh gestorben. Vor allem Bauchweh ich schon wieder in der Runde. War ich grad eben dabei. Oh, bei mir ist ein Huhn auf dem Feld. Ich hab' Huhn auf dem Feld. Ich brenne halt einfach noch, ne? Und zwei, Mann, alter. Schlecht. Ey, das Hund schubs mich weg. Das Hund schubs mich weg. Ich will das ficken und das schubs mich. Guck dir das mal an. Eine Aufnahme dann. Guck dir das mal an. Pass auf, ich bin 8er. Ich bin jetzt dritter. Mit einem Alex zusammen. Alter, guck mal, wie viele Stevie's und Alexe diesen Modus spielen. Drei Steve's, vier Alexe. Pferde rennen. Pferde sollen ja jetzt viel leichter zu steuernd sein. Sollen? Sollen? Ja. Ey, ich mein, guck mal, wie schnell das ist, einfach hier sehr überholt, alter. Renn hier mal um. Vor allem als die das auf die 1.8 gemacht haben, glaube ich, waren die Pferde alle unterschiedlich schnell. Ey, ich bin erster. Sicher? Meine Maus klappt nicht! Nein! Meine Maus ging nicht! Ey, gut. Boah, ich bin hängen geblieben, da meine Maus sich nicht bewegt hat. Boah, das ist echt wie smoother geworden, dieses Movement. Weißt du, das ist so ein Scheiß, weil meine Maus nicht ging, bin ich jetzt Fünfter. Ich weiß noch, anfangs konntest du einfach als äh... Bin erster. Easy, alter. Guck mal, hier stehen welche am Spawn rumstehen. Ich weiß. Anfangs konntest du am Spawn auch wirklich rumstehen und kam es mit in den Top 3. Da gewertet wurde, wer am nächsten ist. Oder wenn du einen überrundet hast. Boah, wenn die Leute alle von mir einen Fehler gleichzeitig machen würden. Du weißt, wie geil das wäre. Einer ist im Wasser hängen geblieben, der nächste ist im Wasser hängen geblieben. Noch vier Leute vor mir. Ich bin vor dir. Ja. Nimm mal, jetzt bin ich zweiter gerade. Ja, ich hab... Ich bin in zwei Leuten drinnen. Und... Oh, der eine legt sich einfach zurück und wieder vor. Komm schon, bleibt hängen. Nein, ich will wieder in die Top 3. Nein. Nein. Und ey, verkackt die Runde. Die Runde davor war besser, Jan. Ja. Vor allem, ich will jetzt wieder eine Eins. Ne, eine Sechs. Eine Sechs habe ich. Schön. Schönen. Fick dich. Du hackst. Und eine Fünf. Oh. Okay, ich glaub, jetzt bin ich safe Erster. Nein, du bist Letzter. Ja, safe Erster, Alter. Ja, ich bin vom achten Platz auf die Timo. Mit einem Feld aber nur. Mit einem Feldversprung nur. Guck dir das mal an elf Pferde und elf Pferdeunterschied. Pferdeunterschied. Genau, elf Pferdeunterschied. Du hackst. Wullblock. Wullblock. Ach ja, das ist lustig, aber irgendwie... Glück halt. Ne, nicht ganz. Das ist einfach nur Hackingskills. Wir haben den besten noch Gleit anmachen, ne? Ja, wir haben besten Gleit verwenden können. Oh, ich stehe ja schon auf Rot. Komm, stirbt schon der erste. Achso. Zwei. Wie einfach die ersten Zwecke. Nochmal? Was'n das? Ich mein, wie kann man halt beim ersten Level sterben? Na ja. Risk-Taker. Oh, okay. Die werden aber stehen. Ey, du bist da hinten. Ich komm mal zu dir. Scheiße. Scheiße. Hast du's gesehen? Nirgendswo war Purple. Nirgendswo. Bist du noch drinne? Ja. Hacker. 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 Vor allem wär ich gesprungen, wär ich dritter geworden. Weiß wie eklig das grad war. Okay, das war's. Ihr werdet beide gestorben. Ja, ich war eh erst da. Hacker. Vor allem der Mr. Play ist einfach mit mir jetzt drittletzter einfach. Und ne eins. Und ne eins. Nein. Ich bin jetzt hundert pro letzter. Du kannst jetzt schon gewinnen. Fünf von fünf. Dir fehlt ein Feld. Oh, lol. Ich bin einfach, nein, ich bin doch nicht letzter, ich bin 26. Ich führe halt einfach jetzt grad voll krass, weil das kein Oxt. Ist halt einfach jetzt. Ist halt einfach jetzt. Ist halt einfach 8 Felder hinter mir. Ja. Ich bin 20 Felder hinter dir. 10,2, Alter. 10,2, Alter. 10,2, Alter. 10,2, Alter. 10,2, Alter. Ja, das ist wieder lack jetzt. Das Schlimme ist vor allem, Pferderrennen hat ich meine Maus einfach ausgesetzt. Ich bin aber geradeaus gegen die Wand gelaufen. Ich glaube, ich muss meine Maus wieder sauber machen. Ich hab grad an Wullblock gedacht und hab überlegt. Äh, da hackt jemand. Ich, ja. Ja, Energy Reactor steht da immer noch. Direkt am spawnen und hat sich kein Zettel mehr bewegt. Lol, ich wurde zurückgeleckt und bin deswegen gestorben. Ich auch. Lol. Ja. Ich wurde zurückgeleckt einfach in die Luft. Ja. Du auch, ne? Ich bin auch einfach gestorben. Ich auch. Die haben ein 21er Ping. Am Ping gibt's nicht. Nö. Lel, Alter. Die, die noch drin sind. Mh. Niki hat ein 108er. Mr. Player hat ein 40er jetzt. Einfach alle ins und draußen. Ich hab keinen Bock auf den Spielmodus. Ja, der Demo, das ist echt kacke. Ja. Ja. Vor allem, dass sie diese Nex immer noch nicht so haben. Der Demo, wie fragt, liegt der Server? Wo liegt's? Legt. 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 Legt den Server nicht falsch hin. Legt den Server nicht um. Legt den Server nicht um. Vor allem, ich werd ein paar Netzbescheid. Pass auf, ich würde wieder ne eins. Mit Badball 345. Nein, 2. Und Badball 345. Scheiße. Jetzt, weil ich die Punkte brauche, habe ich noch 1. Alter, immerhin der andere kann mich nicht überholen. Ja. Guck dir mal an, wo ich bin. Der Schätze hat immer noch 3 Felder hinter mir wurden 1. Ich teile mit jemand anderem den letzten Platz. Bobby Craft died uns nicht. Vor allem, der steht einfach in der Luft. Du bist halt einfach 9 Seitenfelder hinter mir, Alter. Ich hab die ganze Runde 1 oder 2er gewürfelt. Außer ganz am Anfang. Ja. Auch Jumpman. Auch cool. Geht. Ich werd's verkacken. Lass Bettwas danach spielen. Auf Revy. Na. Na. Bestimmt. Biddy, mein Freund. Jumpman's hab ich keinem nicht geübt, im Übrigen. Nein. Dann bist du drunter gefallen. Ich bin auch drunter gefallen. So wie alle eigentlich. War ein 5er Sprung. Äh 4er Sprung. Ach. Nein. Ich schaff den grad nicht. Ich hab den geschafft, aber ich bin direkt danach bei einem 2er Sprung runter. Ja. Ich bin beim 1er Sprung runtergefallen. Oh. Ach. Man wird einfach 3 Sprünge zurückgesetzt. Das ist nervig so. Ich bin bei 1er Sprung runtergefallen. Okay. Ich kann aufgeben. Ich kann mich auch, ich kann heute auch schämen. Ich stell mich gleich in die Ecke und schäme mich. Ah. Kannst du Speiben gehen, Alter. Vor allem, man wird einfach 2 Sprungen immer zurückgesetzt. Ne. Manchmal nicht. Es gibt festgelegte Punkte in der Map, wo du hingesetzt wirst. Oh. Ich kann's nur schaffen. Ich kann's nur schaffen. Ja. Ich bin zweiter. Hihi. Ja. Schmidis Erfolgsmoment 2016. Ich mach das Jamrun jetzt doch noch zu Ende, Alter. Schmidis Erfolgmoment 2016. Wenn ich jetzt keine 5 Würfe hab ich verloren, ne? Ich weiß. Eins, Alter. Ja. Am Anfang ne ganze Zeit Lack, Alter, ne? Ja. Ne 6 oder 5. Ich hab auch mein Glück. Jetzt bin ich vielleicht nur 5 Letzter. Wo bin ich? Wo bin ich? Mann ey, ich bin auf dem 6. Platz katapultiert worden. Und einer ist im Ziel. Lacker, Alter. Zwei sind im Ziel. Siebter Platz. Vor allem, was war das einfach für ein Leck? Achso, man wird ja weggeschubst von den Mobs. Erwät man das? Ja. Man kann allgemein Leute rumschieben. Was von Lack hat denn diese Spasten einfach? Wollen wir noch ne Runde? Nein, ich muss essen. Guten Abend. Mann ey. Also die Hunde war so richtig scheiße. Du verwendest eine veraltete Minecraft-Version. Update bitte auf die aktuelle 1.9.2. Es kann sonst Anzeigefehler kommen. Ich hab 1.9.4 und es leckt einfach. Und es liegt noch nicht mal an mir. Hat man ja gesehen. Ich hab halt die 1.9.0, ne? Im TNT waren wir einfach die Hälfte auf einmal weg. Tot. Auf einen Schlag. Naja, ich bin jetzt mal essen und so, ne? Na ja, tschau. Tschau Leute. Okay, tschüss. Haha. Tschüss. 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 Tschüss.